A die es geht ab die Eizwürgen meinten Willen Euro Prozent hey ich bin nicht alt doch wohl in so mit und scheiß ausfallen verhandelt mich doch ach warum kann ich nicht mehr so schlecht Kannst du sie auch ausziehen, so wie meinen? Hä? Wie? Wo? Ähm, du kannst ins Profil gehen und, ja, Sachen ändern. Ich weiß gar nicht, was der Typ alles kann. Ich muss jetzt nur kurz zu Nebel mal schauen. Soll ich schon mal suchen oder so? Oder willst du erst noch ein bisschen rumgucken? Ich will die ausziehen. Bei mir bist du gerade der Typ, interessant, dass du ihn ausziehen willst. Ja, ich bin einfach. Okay, jetzt kannst du... Und... Moment, Moment. Jetzt starte! Starte, du Mr. Bot! Ne, 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 okay, wir spielen. Standard. Oh. Cool, ich kann jetzt Server auswählen. Jetzt pass mal auf. Deutsche Server. Keiner online. Nur Leute auf dem deutschen Server. Hm. Auf dem hebräischen Server ist auch niemand. Ich gehe mal auf den russischen, ne. Das ist so komisch. So, manchmal redest du und dann auf einmal so, wupp, bist du weg. Könnte an meinem Internet liegen. Also, ja. Internet und so, ne. Stimmt. Mann, wie hieß er jetzt nochmal? Das finde ich jetzt gar nicht geil, dass ich den seinen Namen einfach vergessen habe. Ah. Ah. Und so ist mir der Name wieder eingefallen. Gut. Unnötige Google-Suche. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Kann sich ja nur um. Ja. Pfle, schmacken. Von ihm. Das heißt. Von ihm. Mit. Kann ich einfach mal erleben. Ja. Gut. Ich muss auf die Sprache passen. Ansonsten. Wenn ich wirklich keine Spurkartierte. Wenn ihn nicht 300, sagt. oh shit was passiert jetzt sind wir in der lobby gelandet oder was passiert hier gerade suchen nach standard spielen wahrscheinlich spielt das spiel keiner deswegen okay ich habe gerade die over grafik ever was war das denn ich gucke ich suche mal lieber auf den englischen servern oder deutsche server am arsch ich will auf einen anderen server gucken spiel ich will nicht wieder auf den deutschen server gucken ich bin mich gerade verarschen ich kann nur auf deutschen server gucken was ist das denn guck mal jetzt kann ich habe ich auch so eine monster anpassung bekommen ich kann jetzt monster anpassen wir schon gar nicht gesehen du musst charakter ändern und den dann akzeptieren erst er macht du mal irgendwie nicht lobby auf ich kann nur auf den deutschen servern gucken und da ist keiner online das ist der volle arsch deutsche server und da oben oder da oben kann ich ändern okay passt ok jetzt gucken wir mal auf den englischen servern wir haben es gefunden wir haben es gefunden ja freu dich ich habe das gefühl wir haben richtig geile spiele wiedergefunden weiß was lustig ist mein gmail account hatten gf da ist gf 266 268 688 das ist auch richtig einfallslos stimme ich zu naruto ja junge das immer noch einfallsreicher als gf 268 ich könnte mit so nahe ich könnte mit so nahe spielen ich könnte nicht tot schämen aber was machen ich da am boden alter guck mal was ich kann ja du kannst du irgendwie können nichts machen ich wollte eigentlich die fuck game aktivieren aber das ist auch okay ja ich bin eine bitch jemand hat mir im schlaf die finger lackiert okay ich bin unschuldig übrigens du würdest mir doch sagen wenn du der täter schuldig wärst oder ja das würde ich sogar machen ja ja würdest du so gut ich würde dich nämlich nicht erschießen solange mich überleben lässt natürlich ich hab ne ob sonst ich habe irgendwas bekommen kriegen wir alle die volle wenn wir drin stehen gut ich habe übrigens gar keine ahnung wie das spiel funktioniert und du ich weiß auch so ob ich jetzt traiter oder dings bin du stand am anfang am anfang stand unschuldig oder auch nicht was stand denn am anfang guck mal nach unten und geh vorwärts voll eklig okay blood bad junk from over here saw haunts come from this direction find ich jetzt ja persönlich nicht so oh das ist mein zirgendwo weißt du mal wir können ihn nicht killen solange nacht ist ich habe keine ammo mehr okay warte warte wer ist jetzt alles hier die rot shop frau ist hier meint okay gar nicht ne du bist die rot shop frau mit der schrotflinte oder was habe ich denn hier eigentlich ich habe hier irgendwie eine komische pistole okay geht zum markierten nächsten area oh wir sterben hier draußen hast du eine ahnung wie wir wieder munition kommen die liegt immer mal irgendwo rum ich habe keinen einzigen schuss mehr ah hier sechs schuss nice kann ich mir das geiern ja mit ihm got the tracking device got the tracking device nein böse das hat sich nicht gut angehört was denn was ist was ist mir ich bin alleine unten wo geht es hoch wo geht es hoch oh ich bin alleine unten jetzt bin alleine unten kannst du gerade einmal in den aufhängen ich bin alleine oben wir sollen nach leuten ausschau halten die blut trinken Ah Box hier oben Specterkit Han's has a checker on me by the way okay it's Han's it's Han's it's Han's fuck ich hab keine money mehr hä wo kann der her der war doch schon tot 1 hat ich sterbe jetzt einfach ich kapiert gar nicht wie der mich überhaupt erwischt hat hä wo kann der her ernsthaft bin jetzt komplett tot das ist schon echt lächerlich ne da bist du einfach tot ne was war das denn wieso bin ich eigentlich kein monster geworden bin einfach nur gestorben LVP hab ich grad bekommen geile Trophäe ich bin raus mh ja ich bin auch raus ich hab auch gestorben Alter ich hab mich so erschreckt ne der läuft doch einfach auf mich ne was ne 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 mal sind den charakter das ist nervt mich voll dass ich nicht meint der charakter war der ich sein will ich habe was in der lud bude ernsthaft dann fucking ernst aber auch fortsetzen denke ich meine und moment schüttel kamen gel salud wurde damit du da ist ja was bekommen ja ich habe keine münze mehr aber du kannst mir gern headshot geben wenn du denn da schon nenasne man ich will der typ sein das was bringt sind da auszusuchen wer man sein will wenn man da dann gar nicht ist voll bescheuert kann ich seine hose ja auch egal ich mach mal kurz was und und Untertitelung des ZDF, 2020